Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Kink und Fetisch ABC. Ich freue mich mega, dass ihr reinschaut, denn die letzte Folge ist schon viel zu lange her. Und es geht um das Thema Masochismus heute. Ich habe ein richtig cooles Interview für euch mit dabei. Ich habe ein paar sehr spicy Facts für euch mit dabei. Es wird also auf jeden Fall spannend heute. Und deswegen würde ich sagen, wir schnacken nicht mehr lang, sondern legen direkt los. Auf geht's! Was ist das eigentlich überhaupt? Masochismus ist das M in BDSM und beschreibt Menschen, die Lust oder Befriedigung daraus ziehen, Schmerzen zu empfinden oder gedemütigt zu werden. Es handelt sich also um den Gegenspieler von Sadismus, bei dem es eben darum geht, anderen Menschen Schmerzen oder Demütungen zuzufügen. Diese beiden Pole sind unglaublich eng miteinander verknüpft, weil das eine ohne das andere natürlich nicht wirklich funktioniert. Und deswegen spricht man auch häufig vom Sadomasochismus. Beim Masochismus unterscheidet man den sexuell motivierten Masochismus und den nicht primär sexuell motivierten Masochismus. Und es ist im Prinzip genau das, wonach es klingt. Also bei der einen Art geht es wirklich um den Masochismus im sexuellen Kontext. Es geht um sexuelle Lust und Befriedigung. Und bei der anderen Art geht es wirklich eher um losgelöst von Sexualität, um Dinge im alltäglichen Leben. Masochismus und Sadismus erscheinen ja erstmal wie zwei sehr gegensätzliche Pole. Aber ich habe etwas sehr, sehr Interessantes gelesen, was ich gerne an der Stelle mit euch teilen möchte. Es gab eine Reihe von Studien mit 3000 Befragten. Ich verlinke euch das gerne unten in der Infobox. Die gezeigt hat, dass es eine Korrelation gibt zwischen Masochismus und antisozialen Verhaltensweisen. Das heißt, Menschen, die masochistisch sind, zeigen häufig im alltäglichen Leben antisoziale Verhaltensweisen, wie zum Beispiel gemein zu anderen zu sein, besonders kühl zu anderen Menschen zu sein. Und das fand ich extrem spannend, weil wir ja doch häufig gerade in diesen Themen Menschen gerne in Schubladen stecken und diese beiden Themen als sehr gegensätzliche Pole wahrnehmen. Aber ich finde, das zeigt, dass Sadismus und Masochismus eher irgendwie doch näher aneinander liegen, als wir vielleicht denken. Nicht auf jeden Fall super spannend, könnt ihr gerne selbst nochmal nachlesen. Ich verlinke es, wie gesagt, unten, gerne in der Infobox. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, okay, woher kommt das? Wieso sollte man darauf stehen, sich schlagen zu lassen? Wie kann man Schmerz geil finden? Und ja, das habe ich mir auch ein bisschen näher angeschaut. Und wenn es um Themen rund um BDSM geht oder generell um Kinky-Themen, dann wird irgendwie oft dieses Klischee des Kindheitstraumas auf den Tisch geholt und alles wird versucht, damit zu begründen. Und ich möchte an der Stelle eindringlich davor warnen, zu generalisieren. Es kann einen Zusammenhang geben zwischen traumatischen Erlebnissen und sexuellen Präferenzen, Aber das ist nicht bei allen Menschen der Fall. Also passt da bitte auf, dass ihr nicht unnötig generalisiert an der Stelle. Denn gerade bei Masochismus hat man festgestellt, dass das Ganze auch neurochemische Ursachen haben kann. Ich verlinke euch gerne auch nochmal ein Paper dazu. Aber man hat eben festgestellt, dass bei masochistischen Menschen das Schmerzsignal anders besetzt sein kann. Das heißt, wenn beim masochistischen Menschen das Schmerzsignal im Gehirn losgeschickt wird, das ist anders besetzt, nämlich mit Endorphin, das heißt mit Glückshormonen. Und das fand ich extrem spannend und zeigt vor allem auch irgendwie, was für ein krass komplexes Thema das da eigentlich ist. Wenn wir uns jetzt nochmal den Themenkomplex des Schmerzes wirklich anschauen innerhalb von Masochismus, dann unterscheidet man innerhalb der BDSM-Community drei verschiedene Arten. Nämlich zum einen der stechende Schmerz, der sehr punktuell aufgetragen wird, also zum Beispiel durch Nadeln. Dann gibt es den stumpfen Schmerz, der eher großlächig aufgetragen wird, zum Beispiel durch das Schlagen mit einem Peddel. Und zum Schluss gibt es noch den ziehenden Schmerz, der tendenziell wieder auf einem etwas kleineren Bereich aufgetragen wird, zum Beispiel durch das Schlagen mit einem Rohrstock. Und bevor wir jetzt gleich zum Interview kommen, wie immer ein paar Hinweise. Ähnlich wie bei allen anderen sexuellen Praktiken auch gilt hier, kommuniziert miteinander, achtet auf alle Parteien, achtet auf Konsens, tastet euch vor allem langsam ran und legt ganz besonders hier Safe-Words und Safe-Zeichen fest. Das ist extrem wichtig. Wirklich konkreter kann ich an der Stelle nicht werden, weil es sich beim Masochismus natürlich nicht um eine konkrete Praktik handelt. Ich habe auch innerhalb meiner Recherche versucht herauszufinden, ob man Masochismus eher als Kink, eher als Fetisch oder eher als Charaktereigenschaft klassifizieren würde. Und ich bin ehrlich gesagt nicht schlau geworden. Deswegen bin ich super froh, dass meine Interviewpartnerin da gleich drauf eingeht. Aber ansonsten, wenn ihr vielleicht selber sogar masochistisch seid, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das klassifizieren würdet. Ist Masochismus eher ein Kink? Ist es eher ein Fetisch? Ist es eher eine Charaktereigenschaft? Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig interessieren. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Perspektive von meiner Interviewpartnerin. Meiner Meinung nach kann Masochismus ein Kink sein, aber auch ein Fetisch, aber auch mehr. Ich persönlich würde bei mir behaupten, dass es mehr ist. Ich würde sagen, dass es bei mir sogar eine Art Charaktereigenschaft ist, die ich sehr gern habe und sehr genieße und auch schon von klein auf bei mir erkannt habe. Deshalb ist es für mich auch schwierig, genau zu sagen, was jetzt den Reiz ausmacht und was ich besonders daran mag. Unter anderem auch, weil sich Masochismus bei mir in sehr vielen verschiedenen Lebensbereichen widerspiegelt. Dazu aber gerne später noch mehr. Nun einmal mag ich an Masochismus, dass ich mich ja einer anderen Person unterwerfe. Ich lasse zu, dass eine andere Person mir Schmerzen zufügt. Ich gebe die Kontrolle an diese Person ab. Sie verfügt über mich und meinen Körper. Das macht mir auch manchmal ein wenig Angst, aber das ist auch eine Angst, die ich ebenfalls genießen kann und die ich deshalb auch Lustangst nenne. Besonders ist für mich eben auch der Schmerz an sich. Das ist ein besonderer Reiz für mich, da er etwas Verbotenes hat, etwas, was man normalerweise so nicht macht. Er ist auch eine Art Grenzüberschreitung und eben auch sehr physisch. Wenn mir jemand Schmerzen zufügt, ist es für mich schwierig, an irgendwas anderes zu denken, an Sorgen, Probleme, die ich in dem Moment habe oder auch an eine Einkaufsliste, die ich geschrieben habe. Ich konzentriere mich ganz auf den Schmerz, auf meinen Körper, wie er auf diesen Schmerz reagiert, was für eine Art von Schmerz es ist, wie er sich anfühlt und das finde ich einfach unglaublich schön. Besonders mag ich dann eben die Kombination aus dem gerade eben genannten. Also einmal unterwerfe ich mich einer anderen Person, sie kontrolliert mich, es macht mir vielleicht ein wenig Angst, es ist spannend und dann kann ich mich auch ganz eben auf meinen Körper konzentrieren, spüre die Schmerzen, habe das Gefühl, jetzt gerade etwas Verbotenes, in Anführungszeichen Perverses zu tun und dann genieße ich die Situation sehr. Wie schon erwähnt, würde ich sagen, dass ich von klein auf Masochismus erlebt und auch ausgelebt habe und das immer auch sehr genossen habe. Deshalb ist es für mich schwierig zu sagen, wie genau ich jetzt darauf gestoßen bin, denn es hat mich irgendwie durch mein Leben immer begleitet. Was ich auf jeden Fall sehr früh gemerkt habe, ist, dass Bücher und auch Filme mich interessieren, in denen eben Masochismus thematisiert wird. Zum Beispiel eben Venus im Pelz von Leopold von Sacha Masoch, woher auch eben der Name Masochismus kommt, hat mich unglaublich fasziniert. Ich habe das Buch mehrere Male gelesen, ich habe mir das Hörbuch angehört und auch Filme wie zum Beispiel The Secretary haben mich in ihren Bann gezogen und ich habe auch gemerkt, dass da etwas in mir angesprochen wird. Ich konnte mich immer mit den Personen, die dann eben Masochismus erlebt haben, gut identifizieren und habe mich dann irgendwie auch gesehnt, das ausleben zu können und zum Beispiel in der Rolle dieser Person zu stecken und eben Masochismus dann genauso wie sie eben genießen zu können. Und auch meine allererste Beziehung war eine BDSM-Beziehung, in der ebenfalls Masochismus eine große Rolle gespielt hat, als mein damaliger Dom mich nämlich dann auch natürlich erstmal vorsichtig zum Eingewöhnen zum ersten Mal mit einer Gärte geschlagen hat, habe ich auch richtig gemerkt, wie es Klick gemacht hat in mir. Ich habe gemerkt, dass ich das auch wirklich ausleben möchte, dass es nicht nur eine Fantasie bleiben soll und das ist eben die Welt, in der ich mich gerne befinde und ich einfach unglaublich genießen kann. Das war für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich hatte auch das Gefühl, nach Hause zu kommen, also dass ich dorthin gehöre und auch im Anschluss, wenn ich dann blaue Flecken gesehen habe auf meiner Haut oder auch eben Striemen oder Streifen, fand ich die unglaublich schön. Ich fand, sie haben meinen Körper noch schöner gemacht, als das eh schon ist. Und ich habe sie auch immer mit Stolz getragen und habe sie auch gerne präsentiert und auch gezeigt und habe mich dann auch natürlich an die Erlebnisse zurückerinnert, warum ich diese blauen Flecken oder Striemen habe und auch diese Erinnerung habe ich dann immer sehr genossen. Ich kann Masochismus nach wie vor ausleben. Auf eine andere Art und Weise wie damals mit meinem Dom, aber auch mit meinem aktuellen Partner, ist es eben möglich, Masochismus zu genießen. Was ich besonders mag, ist, dass wir beide näher zusammenwohnen und deshalb können wir das eben auch spontaner und alltäglicher gestalten. Zum Beispiel beim gemeinsamen Kochen ist es eben so, dass dann nicht die Gerte meinen Hintern trifft, sondern der Kochlöffel zum Beispiel. Das ist immer sehr lustig und macht sehr viel Spaß. Und ich merke auch, dass ich gerne in anderen Lebensbereichen, wie eben zum Beispiel Sport, Masochismus, nicht missen möchte und dass mein Bedürfnis in der Hinsicht schon recht groß ist. Ich merke auch, wenn ich eine Zeit lang es nicht ausleben könnte, wie sehr dann meine Sehnsucht danach wächst und ich mich dann auch eben in meiner Fantasie mehr damit beschäftige und auch eben gerne Bücher und Filme lese beziehungsweise ansehe, in denen Masochismus eine Rolle spielt und ich eben noch mehr wünsche, ich könnte jetzt eben diese Person in dem Buch oder in dem Film sein. Und dann dauert es zum Glück meistens nicht sonderlich lange, bis ich dann auch wieder es wirklich live ausleben kann. Leider gibt es beim Masochismus einige Gefahren. Es kann natürlich passieren, dass man sich ernsthaft verletzt dabei. Deshalb würde ich besonders AnfängerInnen empfehlen, entsprechend sich vorzubereiten. Es gibt verschiedene Ratgeber, die man sich eben durchlesen kann, sich ansehen kann, vielleicht eben auch mit Personen sprechen, die mehr Erfahrung haben und sich da ein bisschen anleiten lassen, damit wirklich niemandem etwas passiert. Ich persönlich habe keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Das Einzige, was mir da an sich einfällt, ist, dass man wirklich mal einen Schlag ein bisschen zu fest ausgelegt hat und es mir dann ein bisschen zu sehr wehgetan hat. Dann habe ich einfach genau das dann eben auch gesagt. Das war jetzt ein bisschen zu viel, lieber ein bisschen sanfter. Und dann war das auch gar kein Problem. Wichtig an der Stelle ist eben auch, dass man nicht die andere Person irgendwie beeindrucken möchte, dass man jetzt besonders viel irgendwie einstecken kann, in Anführungszeichen. Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, denn dann verletzt man sich und da sollte man auf jeden Fall auch sich selbst eingestehen, wenn es einem zu viel wird. Was ich persönlich auch dann den Personen empfehlen kann, die eben selbst schlagen, ist die Spielzeuge, die man verwendet, egal ob es jetzt eben eine Gärte ist oder auch was Alltägliches wie ein Kochlöffel, selbst an sich auszuprobieren. Natürlich empfindet man das anders als eine Person, die Masochismus genießen kann, aber man kriegt ein Gefühl für den Schmerz und auch wie feste man mit welchem Spielzeug jetzt zuschlagen kann, welche Folgen, sage ich jetzt mal, das auch für den Körper hat, ob jetzt eben ein blauer Fleck entsteht oder ein Strieben, sowas in die Richtung, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und natürlich sich gemeinsam langsam daran herantasten, wenn man eben noch nicht so viel Erfahrung hat. Und was ich auch empfehlen würde, wäre ein Safe-Word festzulegen, also ein Wort, welches man eben sagen kann, wenn es einem zu viel wird. Egal, ob es jetzt die Person ist, die geschlagen wird oder die Person, die schlägt. Für beide kann es ja sein, dass es einfach zu viel wird, man mit der Situation gerade nicht klarkommt und dann kann man eben dieses Wort sagen und dann macht man eine Pause und überlegt sich, okay, was machen wir jetzt, wie geht es weiter? Dieses sogenannte Safe-Word oder auch eben Sicherheitswort sollte kein Alltagswort sein, also was ich persönlich eben gewählt habe, war ein Name von einem Buchcharakter zum Beispiel oder vielleicht von einem Film oder die Lieblingsblume, die man hat. Und ich würde auch auf jeden Fall ein schönes Wort auswählen, ein Wort, welches man gerne sagt, damit man gar nicht erst von Anfang an irgendwelche Hemmungen aufbaut, dieses Wort auszusprechen. Und ich würde auch noch üben, das Wort mit einem Knebel im Mund auszusprechen, denn vielleicht möchte man den ja auch mal verwenden und auch da wäre es auf jeden Fall wichtig, dass man nach wie vor dieses Wort sagen kann. Nun, die Frage habe ich jetzt eigentlich auch schon ein bisschen beantwortet, ich kann es nur mal kurz zusammenfassen. Also für alle Interessierte, von Anfang an würde ich auf jeden Fall empfehlen, damit sich niemand ernsthaft verletzt, Bücher zu lesen, Ratgeber bestellen und sich erstmal theoretisch einlesen, was eben gefährlich sein kann, was in Ordnung ist, welche Spielsachen es auch überhaupt so gibt und die dann vielleicht auch erstmal an sich selbst ausprobieren, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Dann kann man sich eben gemeinsam langsam und vorsichtig an dieses Thema rantasten und vor allen Dingen auch am Anfang viel darüber reden. Deshalb würde ich auch empfehlen, am Anfang den Knebel erstmal noch wegzulassen, damit man eben sofort immer ein Feedback geben kann, das war jetzt zu viel, das war zu wenig oder das war genau richtig oder bitte mal die Stelle dort und mal die Gärte ausprobieren oder mal die Peitsche und dann kann man da wunderbar einen schönen Weg finden, Masochismus gemeinsam schön auszuleben. Ich möchte an der Stelle auch noch erwähnen, dass es ja auch noch andere Menschen gibt, die Masochismus nicht nachempfinden können, nicht verstehen können und für die es eher befremdlich ist. Deshalb empfehle ich, gut drüber nachzudenken, wo man Masochismus ausleben möchte. Man möchte ja auch nicht in eine missliche Lage kommen, weil zum Beispiel NachbarInnen oder MitbewohnerInnen es mitbekommen haben, sich vielleicht Sorgen machen, die Polizei rufen oder ähnliche Situationen. Genauso möchte ich darauf hinweisen, dass ja nach dem Ausleben von Masochismus zum Beispiel blaue Flecken oder auch Striemen entstehen können, die vielleicht auch andere Menschen fehlinterpretieren können, dass die sich dann Sorgen machen und dann kommt man in eine missliche Lage. Deshalb würde ich auf jeden Fall empfehlen, darauf zu achten, wo man es auslebt und wie man danach eben den Körper zeigt, die Striemen und blauen Flecken zeigt, damit man eben nicht in eine missliche Lage kommt. So, das war's von mir für heute mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass ihr was mitnehmen konntet. Ich hoffe sehr, dass euch das Interview genauso gefallen hat wie mir. Und dann würde ich mich natürlich wahnsinnig über einen Daumen nach oben, über ein Abo auf diesem Kanal freuen. Und dann möchte ich natürlich auch noch meinen Patreons danken, die meine Aufklärungsarbeit hier wirklich in wertvollster Weise unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das tut. Und ein kleiner Hinweis noch, es kann sein, dass hier jetzt ein paar Wochen Pause sind, denn ich muss ins Praktikum gehen für mein Studium und muss nebenbei auch noch weiter arbeiten. Das heißt, ich werde eine, keine Ahnung, 43, 45 Stunden Woche haben. Und ich weiß nicht, ob ich dann nebenbei noch es schaffe, YouTube-Videos zu produzieren. Also falls jetzt eine etwas längere Pause kommt, seht es mir bitte nach. Soweit ich mit durch mit dem Praktikum bin, geht es hier aber wie gewohnt weiter. Ich freue mich auch schon wahnsinnig drauf. Und ja, das war es dann erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und bis hoffentlich ganz bald. Macht's gut! Und Untertitelung des ZDF, 2020